So, und damit geht's dann weiter. Wir sind hier im letzten Part stehen geblieben. Ja, ich mach gleich den nächsten Part. Ich hoffe, das ist hier irgendwas. Weil wir suchen ja irgendwie nach einer Höhle, dass wir halt auch Dia... Ein Dia-Schwert haben wir schon, aber... Äh... Ja. Wie gesagt, ich will mich ja komplett ausrüsten, also wie gesagt... Wir können ja uns hier mal ein bisschen umschauen. Runter mit dir, nein! Oh Gott. Äh, ja. Okay. Okay. Ja. Da unten sieht schon interessanter aus. Hier springen wir hier runter, okay. Wow. Okay, wir haben schon einen Redstone gefunden. Das ist ja auch schon mal was. Alter, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Okay, wartet. Wartet. Ich will erstmal sicher machen hier. Wir haben auch keinen Platz, das ist das Problem. Ich kann auch keinen... Ich würde mir auch gerne das Redstone mitnehmen. Ja, genau. Fall halt in Lava. Wollt halt gerne das Redstone mitnehmen. Äh, ja. Was schmeißen wir weg, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Brauchen wir die Feen eigentlich? Ja, für den Boden. Und für eine Angel eventuell. Was ist... Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich schwachsinnig. Wir müssen mal gucken, was war anstatt... Was schmeißen wir für die Dia's weg? Essen ist eigentlich wichtig. Also, wir brauchen nur unbedingt ein Lager, weil sonst haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, was ich... Ach, den Satte, den brauchen wir erstmal nicht, finde ich. Das ist... Erstmal schwachsinnig. Oh, hier sind ja noch mehr Dia's. Okay, wir haben schon mal fünf. Das ist doch schon mal nice. Also, wie gesagt, unsere Rüstung kommen wir näher. Aber das Schwierige ist ja nicht die Rüstung, sondern, ähm... Sondern, ähm... Hier. Die Verzauberung und so sind, finde ich, ziemlich hardcore. Da müssen wir dann mal gucken, ja. Äh, ja. Ich gucke mal nochmal hier, um mich... Und hier könnten noch mehr Dia's sein. Meist hieß es immer so, wo einmal Dia's sind, sind noch mehr. Boah, diese ganzen Viecher ist hier, äh. So, gehen wir mal hier weiter. Na, immerhin waren wir schon mal fündig. Das ist ja nicht schlecht. Aber... Hier ist nix. Okay, hier ist nix. Oh, der hat n'Pyper schon wieder. Ja, Eisen könnten wir eigentlich auch mal wieder mitnehmen, aber... Ich hab dafür jetzt keinen Platz. Oh, natürlich. Sprengt hier aber noch die Fackel weg, ey. Joa. Scheiße. Los, weg hier, Alter. Ey, du Hurensohn, Alter. Boah. Der hat sich beinahe in die scheiß Lava geschubst. Alter. Junge. Ist das ein Wichser. Warte mal, wir brauchen neue Fackeln. Ein paar zumindest. So, jetzt reicht das mal. Na gut, jetzt haben wir ja erstmal genug Kohle und so. Das brauchen wir erstmal gar nicht. Da würde ich gerne runtergehen. Weil am Lavasee sind auch öfters mal, ähm... Dinger hier. Was die Suppe bedeutet, würde ich mal ein bisschen... Das ist einfach nur ne Suppe zum... Ich ess die, glaube ich, mal. Ich weiß zwar nicht, was die bewirkt, aber, äh, okay. Da würde ich gerne weitergehen, aber das ist auch ganz schön gefährlich hier. Trau uns hier mal, Alter. Hier ist schon mal Redstone wieder. Ja, Redstone kann man zum Beispiel auch zum, äh, Braun halt benutzen, ne. Warte mal, wir gehen mal hier weiter. Ich hab ein bisschen Angst hier. Lapis, das brauchen wir zum Verzaubern. Den nehmen wir auch mit ein bisschen. Ja, ansonsten, äh, gut. Wenn hier nichts mehr ist, hauen wir wieder ab. Also, äh, ich hab jetzt hier nicht vor, ewig zu bleiben, ne. Hehe. Ich schau mich hier nur ein bisschen um noch. Äh, okay. Alter, diese scheiß Skelette ohne Witz. Ja, genau, verbrennen, Alter. Geschieht dir recht. Okay, ist nix weiter. Alter, ist ein bisschen gefährlich hier. Aber mehr scheint hier vielleicht auch gar nicht so saa-ho-ho. Alter, gut versteckt unter Wasser, ne. Ich muss ja nur zusehen, wie ich das Wasser wegkriege. Am besten, ich baue hier mal zu. Geht das jetzt weg, ja. Boah, haben wir schon wieder Dias gefunden. Können wir uns gleich wieder mitnehmen. Nur einer? Ist wirklich nur einer jetzt, oder ist hier noch was versteckt? Aha, ich wusste es. Ein Dia ist selten allein, ne. Was wäre denn uns genau? Wir brauchen ja auch Obsidian. Also, wenn wir schon mal hier unten sind. Aber das Problem, ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Ich weiß nicht. Wir brauchen Obsidian für einen Zaubertisch. Und für das Nether-Portal. Ich will mal überlegen, ob ich mir erstmal eine Spitzhacke draus mache aus dem Dia. Ich würde mir sagen, ich mache echt eine Spitzhacke. Weil dann haben wir nämlich, dann brauchen wir diese Eisen nicht mehr. Dann können wir die nämlich wegschmeißen, die Eisenwerkzeuge, genau. Dann nehmen wir uns nämlich gleich erstmal, äh... Warte mal, können wir erstmal kurz... Ich schmeiß jetzt dieses Eisen weg. Weil das benutzen wir eh nicht mehr. Das verschwendet uns Platz. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal... Oder wir nehmen erstmal... Ne, warte, wir brauchen den Platz. Wir nehmen erstmal keinen Obsidian mit. Wir nehmen erstmal keinen... Wie viele Diaz haben wir jetzt noch? Viere. Da könnten wir uns höchstens Schuhe machen draus. Warte mal, ich hebe mir die noch auf. Weil sonst wegen Platz, ne. Ihr wisst ja Bescheid. Ein bisschen Kohle können wir uns noch mitnehmen. Ich weiß nicht, ob hier noch größer ist die Höhle. Wenn nicht, hauen wir hier wieder ab. Ja, das ist ja auch wieder die Sache, ne. Den Ausweg hier irgendwie zu finden. Das ist immer die Sache in Höhlen, ne. Ich weiß nicht, wo ich jetzt hier herkam. Also von hier bestimmt nicht. Von hier bestimmt nicht. Von hier irgendwo. Ah ja. Ich verstehe, warum explodiert der denn ständig? Warte mal, äh, ich brauche was zum Hochbauen. Ich will abhauen hier. Ich will ja abhauen wieder. Wir hauen hier wieder ab. Ich würde sagen, ich glaube hier ist nichts mehr. Ich glaube hier ist nichts mehr. Außer... Oh, scheiße. Ich weiß auch gar nicht, wie ich jetzt hier wieder rauskomme. Also, äh... Ja, da ist nichts mehr. Na gut, immerhin haben wir schon mal ein bisschen wat. Also, wenigstens ein Diamantwerkzeug. Ist ja auch schon mal wat. Gold haben wir noch gar nicht gefunden. Das nehmen wir auch mit, weil Gold können wir auch gut gebrauchen. Aber jetzt müsste unser Elementar wieder voll sein. Oder? Ja. Ist wieder voll. Na gut. Oh Gott. Eisen brauchen wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen. Scheiße, ich muss hier wieder... Ach, egal. Komm, wir graben uns hoch. Wir graben uns hoch. Das ist zwar jetzt auch ein bisschen riskant. Aber ich mache es einfach. Äh... Mach mal so. Ich höre irgendwelche Zombies, aber... Wir hauen jetzt hier ab wieder. Wir graben uns jetzt wieder raus hier und dann... Ja, dann sind wir hier weg. So. Die altmodische Art, wie man es ja kennt, ist auch nicht ohne, ne? Wenn wir jetzt unter Wasser sind oder im Sand, dann haben wir ein Problem. Na, immerhin haben wir schon mal ein bisschen wat. Also, das ist ja jetzt auch nicht so... Aber am liebsten würde ich mir jetzt erstmal anfangen, wegen die ganzen Sachen auch einen Unterschlupf zu suchen. Ich weiß nicht. Wo wir halt wohnen, weil... Ewig durch die Landschaft zu reisen, ist ja auch doof. Wir hauen jetzt hier ab. Oh, Scheiße. Das ist dumm. Nein! Ja, 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 ja. Da, ich habe irgendwas gehört. Gesehen. Wie auch immer. Ich habe Angst, ne? Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hallo? Okay, hallo? Ja, gut, hier ist keiner. Okay, dann gehen wir jetzt weiter. Ja, am liebsten wäre mir ja so ein Dorf, ne? Aber irgendwie... Ich will nicht. Am liebsten wäre mir so ein Dorf. War das nicht die Wüste, wo wir vorhin waren? Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Wir gehen mal in den Wald hier rein, ne? Ist mir zwar jetzt ein bisschen unlieb so im Dunkeln, aber... Wir machen es einfach mal. Wir machen es einfach mal. Wir suchen jetzt nach... Ja, ich habe es gesehen. Da ist Licht, da ist Licht. Da ist Licht! Nein! Skelett! Ah! Ich muss hier weg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bloß einfach rennen, einfach rennen. Einfach rennen. Einfach rennen. Okay, hier ist der Lava... Alter! Hier ist der Lavasee. Wiese, da gehen wir weiter, genau. Dann gehen wir jetzt in die Wiese. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Irgendeine Bleibe wäre... Ein Dorf, wo man die Dorfbewohner nicht so Hurensohn-mäßig sind. Wo die einfach mal mit uns handeln wollen, weil das könnten wir auch gut gebrauchen. So ein paar Handels... Dorfbewohner, wie auch immer. Oh, hier ist ja nur Wald, nur Wald, ey. Dann gehe ich jetzt da weiter in eine Wiese. Ein Dorf wäre ganz schön. Ein Dorf wäre richtig schön. Dann sind wir Berge. Irgendwie... Wiss ich nicht. Finden wir hier überhaupt nichts. Wir laufen hier ewig durch die Welt, ohne was zu finden. Oh, nein. Nein, 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 nein. Bloß weg, bloß weg. Weg, 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 weg. Ändermänner brauchen wir ja auch, aber gegen die kämpfe ich ungern. Jedenfalls jetzt noch nicht, weil meine Rüstung, ja... Ändermänner weiß ich, äh, die machen auch richtig viel Schaden einfach. Das ist abnormal, was die an Schaden verursachen. Wir laufen einfach, wir laufen einfach, wir laufen einfach, wir laufen einfach. Ja. Wir hören's schießen. Äh, oh Gott, weg hier. Ja, 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 ich hab's ja gesehen. Bloß weg hier. Wär geil, wenn man jetzt irgendwas findet, ne? Irgendwas, außer Wald und Bäume und Gras. Ja, Gras. Können wir auch. Wir gehen mal hier lang weiter. Äh, ja. Einfach weg, einfach durch die Nacht rennen. Was anderes hab ich jetzt nicht vor. Wie gesagt, wir müssen irgendwie, wie spät ist denn das? Oh, das ist Mitternacht, oh nein. Vielleicht irgendwo mal ne Unterkunft suchen, wo wir gleich schlafen. Wär auch mal schön, ne? Wär ja mal schön, ja. Da ist wieder das Wasser. Zur Not müssen wir über das Meer wieder, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte da grad rüberspringen, aber dann... Ja gut, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir müssen übers Meer, glaub ich. Gut, dann gehen wir gleich wieder übers Wasser. Müssen nur irgendwie jetzt hier... Scheiße, ich hab Angst, wir brauchen Holz für ein Boot. Ich kill jetzt erstmal hier die ganzen Viecher. Wow. Aber der hätt mir ja ruhig mal Holz geben können, hier von dem Baum. Ich brauch ein Boot, ich will hier weg. Och, kein Platz, alter. Mann, ich brauch Platz. Dann schmeiß die Dinger hier weg, die braucht kein Mensch. Genau, so. Äh, nee, ich hau jetzt hier mal ab. Gut, ich würd sagen, im nächsten Part... Reisen wir übers Meer, um die Hoffnung zu haben, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, weiß ich nicht, irgendeine Unterkunft, wo wir leben können, oder keine Ahnung. Wo wir auch mal willkommen sind, ne? Also, ist ja auch immer so ne Sache. Gut, wir haben alles, dann würd ich sagen, im nächsten Part geht's dann mit dem Schiff Richtung, was weiß ich, Richtung Südenwesten. Aber die Sonne geht ja im Südenunter, oder? Ach, keine Ahnung. Wie gesagt, im nächsten Part geht's dann weiter. Seid gespannt und dann, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Hehe. Also, haut da rein. Bis dann und ciao.